hallo und herzlich willkommen mein name ist cheeky boing wir spielen saints row 4 und der der firefox ja ja guck mal und wir können immer noch das hier machen und ich hatte den größeren ja how many more must die fragezeichen ich glaube die mission machen war oder geist in der maschine geht nämlich noch weiter mission hier ja begibt dich zum übungsprogramm sollen wir wo denn da steht begibt dich zu meint over murder okay gehen wir mal hin und denkt dran wir brauchen noch upgrades na ja ich sammle immer was ein dann würde ich nehmen ach so schuldigung lasse ich dies überliegen macht doch was du willst doch mache ich doch jetzt rechts hier was ich habe mich wohl verhört alles glaube ich auch in der bekannter genau bekannter hier ist es jetzt ich hab's ich hab's ich fliege ich muss hier noch datensammlung und schimpft der firefox wieder mit mir darf ich darf ich darf ich darf ich darf ich jetzt darf ja ich bin gespannt was jetzt passiert wir müssen unterschiedliche gegenstände dort reinwerfen ach du scheiße das will ich haben das will ich habe hatte die gratis gebrochen murder time fun time ja fun time genau das hört sich gut an ich will spielen okay ja ja ich will lasst mich spielen 21 ich hab schon was da ist das auto toll ich hab noch nicht einen punkt hier recht so weiter sind wir der kopf ich bin zu langsam du bist so langsam ich muss hier ein auto wir brauchen ein auto ich brauche hier den panda kopf ach da ne mit da oben drin wo ist ein auto hier ist ein auto die polizei oh nein ja wie ist das die punkt äh da hinten so bobby how do you think the addition of superpowers is going to affect the game a submachine gun is a fine weapon eins da jetzt kann man nicht hier wo sind denn hier menschen da hinten sind menschen äh ich will meine auto ja ich hatte mal eins ist aber weg ich hab eins okay ist noch ein auto ja ich komme nicht zu ich immerhin war schon ja wir haben selber geschafft professor genkis mind over murder gold haben wir leider knapp verpasst ja knapp verfehlt aber nun gut dreieinhalbtausend 3,675 wow meine geht voll ab hier vor allem die fünf prozent immer die sind richtig krass ja du hast schwierige aktivitäten von professor genkis mom freigeschaltet mom ui aua wer schießt denn da auf mich hier ist so ein katzenfief so tief was ist denn hier los ich weiß nicht wo bist du denn überhaupt au oh toll jetzt hast du den menschen umgebracht äh wo bist du denn auch da hier guck mal den da den hast du einfach umgebracht ja ja hier guck mal da ja schon wieder hast du einen überfahren ich will mal kurz upgraden wir haben jetzt so viele punkte bekommen wir haben so viele telekinese upgrades schneller wieder auf will ich haben ähm kräfte ich guck erstmal bei kräfte was wir hier machen konnten will ich haben wurfweite tk element bling schüttle dein ziel durch und nutze diese kraft um bargeld aus ihren taschen zu saugen aha okay das lassen wir mal hier dann möchte ich gegebenenfalls noch in super sprung ne super sprint ausdauer sprint tempo 2 oh den nehme ich springtempo 2 dann bin ich noch schneller da kann ich den weg noch schneller ja ja kampffähigkeiten was haben wir denn sprengwaffen was gibt es denn hier noch ganz viel upgrades mein gott ich habe so viel kohle ich muss sie ausgeben ich brauche ich reite taschenliebstahl ist auch gut ausdauererhöhung ne schaden handfeuer kampf kampf fahrzeug ich werde jetzt definitiv mal hier kampf erhöhen irgendwie kann man hier auch schaden ich hasse ihn wir brauchen ihn es wird zeit dass wir mit miller retten das wäre einer der nächsten oder wir machen den nehmen gesundheit nicht schaden ich möchte ein bisschen schaden handfeuer waffen wollen wir dann nebenaufgaben machen erst mal moment jetzt bin ich gerade am upgrade ich frage ja das vorher macht deswegen ich denke wir sollten eine nebenmission machen okay entfernen löschen so ich will kein playlist der hat soll gilt nitro wer braucht das denn bandenfähigkeiten abhärten ich brauche wirklich kein nitro nee überhaupt nicht ach ich lass das jetzt erstmal so so ich würde mal sagen spiel mit den kräften es gibt belohnung von 12.000 krediteinheiten wir müssen zurück zum schiff okay die rennt jetzt was zusammen und ich bin durch bist du schon durch oder ich bin da ach da bist du gerade ausgestiegen super wo müssen wir denn hin da hinten müssen wir hin ich brauche eine stabile umgebung damit ich in der simulation arbeiten kann du kannst einiges in brixen tun damit ich alles einrichten kann außerdem müsste ich dich damit aufmotzen können klar warum nicht ja ich flirte mal mit ihr ich auch willst du mit sexen oh sie hat mir ja noch ohne irgendwie vögeln hast du auch mit ihr gefügelt ja willst du sex batsch ja läuft so trifft die mit kinzi das war's lade ein virus ach so wir sollen jetzt ein virus hochladen kann ich nochmal sex mit ihr haben ne ich glaube sie ist jetzt ausgepowert ja leider können wir auch mit den anderen leuten hier sex haben na bestimmt mit jedem hier den wir gefunden haben können wir auch mit warte mal mit zit flirten ich soll dich hart raten und mach das ich bin bestens ausgerüstet ja hallo ist ja geil okay wir haben es mit zit getrieben gibt es dafür ein achievement ne ja jetzt gerade nicht warte mal wen haben wir denn noch hier wir haben vorne noch unseren captain lass es uns mit dem captain tun hier gesetzte gummipuppe aber das geht leider nicht okay ist keiner hier wo sind die denn alle hier ist er doch aber können wir hier mit dem vizepräsidenten flirten hier ist keiner bei mir ich weiß dass du es willst aber ich nicht oh der verschmäht uns leider ist hier bei mir keiner richtig der steht hier vorne nicht bei dir verdammt hier unten einer ne na komm hoch da ist auch keiner wie kann man mit den stöcke schulen so laufen und springen weiß er nicht ab in die simulation ah ja in die in die in die matrix war das ja ne so wo ist unser ziel da unser ziel ist direkt vor uns lade den virus hoch was ist hier los moment mal muss man das ziel oder weiß nicht ähm hä warum hat mir hier jeder ne wumme weiß ich ne vor allem wo müssen wir hin oh ich hab keine ahnung gerade äh äh ich glaube da wo das zielkreuz ist oder ne ach wir sollen welle kills 1 von 24 wir müssen die kleen so okay oh hier ist ja jeder aktiv ey aua ich bin fast tot okay 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 ich liebe diese Kräfte okay ich bin gleich wirklich tot Macht die Leute tot. Ja, mach ich doch. Du kriegst noch Lebenseinheiten. Ja, ist doch klar. Naja, dann mach das doch. Ja, wenn jeder schießt hier. Dann schnell weg springen. Ja. Ja. Ohohohoho. Ja, weg mit dir. Die Kugel muss weg. Die Mauer muss weg. Weg. Die Mauer. Oh. Oh, jetzt klappt es aber. Haben wir es jetzt hier mal langsam? Glaube ich. Was? Die nehmen jetzt in sich selbst schon als Geisel? Wie sind die denn drauf? Wie viel bist du denn noch? Fünf. Warum geht das so langsam? Der Baseballschläger. Boah, der Baseballschläger ist aber episch. Virusinjektion 1 von 24. Ziel erreicht. Flick mit weg, ja. Was ist der denn, ihr? Die kann man so richtig schön weit schlagen. Hacke das Friendly Fire, okay. Okay. Oh, das macht Spaß. Wozu brauchen wir hier noch ein Auto? Gute Frage. Willst du hacken? Jo. Ah, ich war zu dicht. Verdammt, Entschuldigung. Du bist dicht. Klick, klick. Oh, ich kann auch hacken. Klick. Äh, klick. Klick. Ich bin drin. Äh. Ich hab's gehackt. We will get you. Obey it, sing yak. Ich hab das, glaub ich, nicht ganz verstanden, ja? Ach so, jetzt. Ach, jetzt sollen wir Rimjobs hacken. Können wir hier was einkaufen, eigentlich? Jaja, aber hier ist erstmal noch ein Hacking angesagt. Rimjobs? Haha, der Name ist Programm. Ja, haha. Ich hacke schon mal. Äh, klick. Klick. Oh, ich bin einfach drüber hinweggesprungen. Klick. Klick. Und geschafft. Ja. Kann man hier machen? Ne, Autopimpen, glaub ich, ne? Garage ist hier. Was? Das Geschäft wird vom Partner genutzt? Wie cool ist das Ding denn? Was denn? Das will ich haben. Was brauchst du? Au! Was hast du denn da für ne Karre? Schick, Mann! Los! Was ist das denn hier? Was machst du denn? Hier kann man Geschütz abfeuern. Ach, das bin ich, wahr? Hammer! Vorsicht! Okay. Gibt schon gut ab, ne? Aber wir haben gleich das Fahndungslevel voll, aber naja. Naja, was soll's? Scheiß auf das Fahndungslevel. Warte auf die Zielperson. Wo ist die Zielperson? Ich bin schon mal draußen. Keine Ahnung. Ich kill die. Da ist sie. Das ist ein Klo, ist das? Ich hab die Zielperson gekillt. Du hast ein Klo gekillt, hast du. Boah, hier ist alles kaputt. Du hast ein Klo gekillt. Du Bastard. Das ist ein Klo. Was müssen wir jetzt tun hier? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich mach erstmal hier diese Dinger zu. Boah, du schießt ja immer noch, oder was? Was? Nein! Wir haben Besuch. Dickie Mac, Dickhead. Ja, ja. Wo ist er denn? Der hat mein Schiff kaputt gemacht. Nicht das tolle Schiff. Nicht unser tolle Schiff. Jetzt müssen wir hier auf Dings wechseln, ne? Auf Kälte. Da müsste jedes andere auch gehen, eigentlich. Wo ist er denn? Der weicht alles aus. Jetzt aber nicht mehr. Okay. Wo ist er? Oben auf dem Dach. Der bleibt nicht stehen, Schickie. Ja doch jetzt, warte. Ich habe keine Schadensanzeige für den Typen, übrigens. Ich auch nicht. Du auch nicht, ja? Nee. Kann es sein, dass wir den... Ich denke mal, er ist nur verpackt, oder? Oh! Nee, äh, störe das System. Wir müssen noch weiter, glaube ich. Noch weiter. Ja, aber hier wird ja nichts angezeigt. Ich glaube, wir müssen ihn erst killen. Und ich habe hier noch einen Questpunkt. Ach so. Und zwar hier. Okay. Aber das ist Vandalismus. Das ist irgendwas anderes. Ist aber eine Quest. Die war noch bei mir gewesen. Störe das System. Oh! Uuuuhh. Boah! Ich will die Waffe. Oh, Bullen. Boah! Was ist hier irgendwas Spannendes? Irgendwie nicht. Ah, da kommt ein Panzer. Wohohoho. Ja, geil! Und... Ja! Hast du alles? Jo, ich räume hier auf. Boah, ganz viele Bullen! Ja! Sehr schön! Und ein Dicker! Boah, die Waffe ist schon cool, ne? Ja! Vor allem so mit unendlich Schuss. Das ist schon geil. Wir schaffen es! Ja, wir haben ja noch endlos Zeit hier. Na ja, jetzt kommt aber der größere Teil. Und wir müssen jetzt irgendwie auch ein bisschen klein viel kriegen. Wohoho! Ich laufe mal weiter hier. Zum Glück sind das ja alles Simulationen hier, ne? Ja, es sind natürlich keine echten Menschen. Genau! Oh! Panzer! Wo? Bei mir. Mein Triggerfinger ist getting tired. Kam gerade in. Panzer kill! Hast du einen Panzer gekillt? Jo. Jo. Oh! Boah, was war das denn? Oh mein Gott. Boah, das war ein guter Kill hier. Okay, hier ist jetzt ab und geht unangesagt. Weißt du? Wir haben's! Wollt ihr? Wollt ja! Ja, geil! Yes! Yes! Haben wir's gemacht. Ja, ja, das hat... Und die Waffe behalten, bitte? Ich glaube, die kriegen wir aus unserem Versteck. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Aber dann nicht mit unendlich Munition. Level 12! Yes! Puh! Wah! Ich glaube, hier müssen wir erstmal ein Hitzepäuschen einlegen. Oh ja, jetzt war ganz schön warm. Ja, ja. Mir auch. Deswegen, ne? Ja, dann eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Jo. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020